Guten Abend, schön sind Sie dabei bei 10 vor 10. Impfen, 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 heisst es von Seiten, wie die zunehmenden Delta-Fälle in der Schweiz einzuordnen sind. Und ausserdem ... Ich weiss nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn man sich draussen bewegt, wieder Menschen sieht, sie spürt, es kehrt schon langsam wieder ein Gefühl von Freiheit, vielleicht auch Lebendigkeit zurück. Wenn da nicht immer wieder News dieser Delta-Variante auftauchen würden. Sie macht mittlerweile ein Drittel der Neuansteckungen in der Schweiz aus und ist damit klar auf dem Vormarsch, sagte heute das BAG. Dennoch scheint es keinen Grund zur Panik zu geben. Die Zahl der Hospitalisationen sinkt nämlich stark und in den letzten 24 Stunden gab es keinen einzigen neuen Todesfall. Die Hintergründe von Daniel Weyer. Es wäre auf jeden Fall schön, dieses Turnier zu gewinnen. Das hänge aber von der Impfbereitschaft ab, sagt das BAG. Und diese nimmt ab. Sei besonders zurückhaltend, sind junge Menschen. Im Speziellen junge Frauen. Viele haben Angst vor Unfruchtbarkeit. Matthias Rusch und Silvia Staub über eine unbegründete Behauptung, die sich aber hartnäckig hält. Und noch eine gute Nachricht im Zusammenhang mit dem Thema Corona. Das Schweizer Covid-Zertifikat soll schon am Freitag von der EU anerkannt werden. Heisst, die Vorfreude auf bevorstehende Sommerferien, auf Reisen ins Ausland, etwa ans Meer, die kann steigen. Diese Frau. Bei den hitzigen Diskussionen rund ums Rahmenabkommen haben sie sie vielleicht nicht wirklich wahrgenommen. Aber eigentlich hatte sie die Fäden für die Schweiz in der Hand. Chef-Unterhändlerin Livia Loy. Sie konnte allerdings die grundsätzlichen Differenzen zwischen der EU und der Schweiz nicht aus dem Weg räumen. Heute, nach doch langer Zeit, äusserte sie sich nun zum ersten Mal öffentlich. Christa Gall. Ja, wie wird es weitergehen in dieser Sache? Und was nimmt Livia Loy aus ihrer Zeit als Botschafterin im Iran mit in ihre heutige Position? Antworten im Interview von Urs Leuthal. Zum Schluss zeigen wir Ihnen den zweiten Teil unserer Reportage-Serie Daniela Rüdi-Süli und die Strassenkinder von Ghana. Gemäss Schätzungen leben und arbeiten im westafrikanischen Land über 100'000 Kinder auf der Strasse. Und seit der Pandemie ist die Zahl noch mehr gestiegen. Daniela Rüdi-Süli, die Primarlehrerin aus der Schweiz, gründete in Ghana vor 22 Jahren ein Kinderhilfswerk. Heute ist es mit 60 Mitarbeitenden eines der grössten im Land. Das Team versucht, den Kindern eine Perspektive zu geben. Wie, das hat unser Reporter Stefan Rathgeb in einer eindrücklichen Reportage festgehalten. Und zuerst der Ferne berührend. Mit Geschichten von schwierigen Schicksalsschlägen und wie es die betroffenen Menschen geschafft haben, sie zu überwinden, geht es hier weiter. Im Club zum Thema Resilienz. Und uns gibt es in knapp 24 Stunden wieder. Ich wünsche Ihnen einen guten Dienstagabend. Und wenn Sie wollen, bis morgen. Adi miteinander. Und wir sehen uns im nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.